Lektion 1. Architektonische Wunder erkunden Joana, ich habe mich gefragt, ob du bereit bist, dir diese neue Architekturausstellung anzusehen, die gerade in der Innenstadt eröffnet wurde. Anscheinend hat es einige ziemlich faszinierende Designs für Feuerwachen. Oh, das klingt wirklich interessant. Ich liebe es, etwas über einzigartige und innovative Gebäudeentwürfe zu lernen. Welche Merkmale hat diese Feuerwache? Nun, nach dem, was ich gelesen habe, haben Sie dieses maßstabsgetreue Modell einer städtischen Feuerwache mit Turm und allem. Offenbar wurde es gebaut, um modernste Feuerlaschtechnik zu präsentieren. Ein Turm, hm? Das ist faszinierend. Ich frage mich, welchem Zweck der Turm in einer modernen Feuerwache dient. Ich bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Aber ich bin wirklich neugierig, es herauszufinden. Willst du zu mir kommen und es dieses Wochenende ausprobieren? Definitiv. Das würde ich gerne mit eigenen Augen sehen. Die Erkundung architektonischer Wunder ist eine meiner Lieblingsarten, einen Samstag zu verbringen. Toll, dann ist es ein Plan. Ich schicke dir die Details, sobald ich sie alle herausgefunden habe. Hört sich gut an. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche innovativen Funktionen Sie in das Design dieser Feuerwache integriert haben. Das Gleiche hier. Ich habe das Gefühl, dass es eine wirklich augenöffnende Erfahrung sein wird. Ich wette. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie Architekten die Grenzen des traditionellen Gebäudedesigns überschreiten. Vollkommen. Und bei etwas so Wichtigem wie einer Feuerwache mussten Sie bestimmt wirklich kreativ werden, um die Funktionalität zu optimieren. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass diese Ausstellung uns eine ganz neue Wertschätzung für die Kunst der Feuerwache vermitteln wird. Ich stimme zu. Das ist genau mein Ding. Ich kann es kaum erwarten, mit Ihnen über all die komplizierten Details zu sprechen. Haha, ich auch. Das wird ein Knaller. Ich werde dafür sorgen, dass ich viele Fotos mache, damit wir wirklich alles analysieren können. Perfekt. Ich bringe mein Skizzenbuch mit, damit ich alle Designideen aufschreiben kann, die mich inspirieren. Fantastisch. Das wird großartig. Ich freue mich sehr darauf. Anna. Lektion 2 Fitnessroutine Hey, Anna. Ich wollte dich nach deiner Trainingsroutine fragen. Ich habe versucht, konsistenter mit meinen zu sein. Oh, das ist großartig, John. Ich versuche, mindestens viermal pro Woche für jeweils etwa eine Stunde Sport zu treiben. Wow, das ist beeindruckend. Was für Aktivitäten machst du normalerweise? Nun, ich mag es, es zu vermischen. An ein paar Tagen in der Woche mache ich Krafttraining und an den anderen Tagen konzentriere ich mich auf Cardio. Das ist ein wirklich abgerundeter Ansatz. Ich wollte schon immer mehr Krafttraining einbauen, aber ich tendiere dazu, einfach nur zu laufen oder Rad zu fahren. Das verstehe ich vollkommen. Es kann einfach sein, einfach an derselben alten Routine festzuhalten. Aber etwas Krafttraining hinzuzufügen kann wirklich einen Unterschied machen. Ja, das habe ich gehört. Welche Art von Krafttraining machst du normalerweise? Ich mache sehr gerne Körpergewichtsübungen wie Liegestütze, Kniebeugen und Ausfallschritte. Sie sind einfach aber effektiv. Das macht Sinn. Ich sollte wahrscheinlich einige davon ausprobieren. Machst du jemals auch Intervalltraining mit hoher Intensität? Unbedingt. Heat-Workouts eignen sich hervorragend, um ihre Herzfrequenz zu erhöhen und ihre Muskeln herauszufordern. Ich versuche, ein oder zwei Heat-Sitzungen pro Woche zu machen. Nett. Das ist eine gute Idee. Ich wollte Heat ausprobieren, war mir aber nicht sicher, wo ich anfangen sollte. Irgendwelche Tipps? Nun, ich würde empfehlen, ein paar Mal pro Woche mit einem 10- bis 15-minütigen Heat-Training zu beginnen. So etwas wie Burpees, Squat-Jumps und Bergsteiger. Okay, das klingt überschaubar. Das muss ich mal ausprobieren. Danke für den Rat, Anna. Es ist wirklich hilfreich, ein paar Tipps von jemandem zu bekommen, der seine Fitnessroutine so konsequent einhält. Natürlich teile ich immer gerne mit, was für mich funktioniert. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, wenn Sie damit beginnen. Das werde ich tun. Ich weiß es zu schätzen. Und vielleicht können wir sogar irgendwann zusammen ein Heat-Training machen und uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Lektion 3. Restaurantempfehlungen Guten Morgen, Anna. Ich wollte Deine Empfehlung für ein gutes Restaurant bekommen, das Du dieses Wochenende ausprobieren kannst. Absolut. Ich habe den perfekten Ort im Kopf. Warst Du schon in dem neuen italienischen Ort in der Innenstadt? Nein, habe ich nicht. Was kannst Du mir darüber sagen? Nun, die Pasta mit Meeresfrüchten dort ist absolut köstlich. Die Portionen sind großzügig und die Aromen sind so frisch. HMM. Pasta mit Meeresfrüchten klingt fantastisch. Was ist sonst noch gut auf der Speisekarte? Sie haben eine große Auswahl an Antipasti, wie Bruschetta und Melone im Schinkenmantel. Und Ihr Tiramisu zum Nachtisch ist ein Traum. Wow, das klingt alles nach meinem Geschmack. Ich liebe gutes italienisches Essen. Ich auch. Die Atmosphäre an diesem Ort ist auch sehr nett, mit einer gemütlichen, authentischen Atmosphäre. Fantastisch. Genau das habe ich vor. Würden Sie empfehlen, im Wohraus zu reservieren? Auf jeden Fall. Vor allem, wenn Sie an einem Wochenendabend gehen möchten. Es kann ziemlich voll werden. Aber der Service ist immer erstklassig. Gut zu wissen. Ich rufe auf jeden Fall an und reserviere einen Tisch. Vielen Dank für die Empfehlung, Anna. Ich freue mich sehr darauf, es auszuprobieren. Natürlich. Ich bin sicher, du wirst es lieben. Lass mich wissen, was du denkst, wenn du gehst. Das werde ich tun. Genieß den Rest deines Tages. Hey, Anna. Ich wollte dich nach etwas fragen. Ich denke darüber nach, diesen Sommer freiwilligen Arbeit im Ausland zu leisten, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Hast du irgendwelche Ratschläge? Oh, das ist eine tolle Idee, John. Ich habe selbst ein bisschen freiwilligen Arbeit im Ausland geleistet. Also würde ich gerne teilen, was ich gelernt habe. Wunderbar. Das würde ich wirklich schätzen. Was sind einige der wichtigsten Dinge, die ich bei der Suche nach freiwilligen Programmen berücksichtigen sollte? Nun, die erste Sache ist, zu entscheiden, an welcher Art von Arbeit Sie am meisten interessiert sind. Unterricht, Naturschutz, Gemeindeentwicklung, solche Dinge. Das wird Ihnen helfen, Ihre Optionen einzugrenzen. Das macht Sinn. Ich dachte, etwas im Bildungsbereich könnte wirklich lohnend sein. Bildung ist eine fantastische Wahl. Viele Programme benötigen Freiwillige, um Englisch zu unterrichten oder an lokalen Schulen zu helfen. Hast du schon nach bestimmten Organisationen geforscht? Noch nicht. Ich bin noch in der Anfangsphase der Erkundung. Hast du Empfehlungen für seriöse freiwilligen Programme im Ausland? Absolut. Eines, das mir in den Sinn kommt, ist GVI. Sie haben Unterrichtsprojekte in Ländern wie Fidji, Costa Rica und Südafrika. Die Bewertungen sind ausgezeichnet. GVI. Verstanden. Ich werde Sie mir auf jeden Fall ansehen. Und was sollte ich in Bezug auf die Logistik beachten? Nun, Sie sollten Dinge wie Unterkunft, Verpflegung und Transport berücksichtigen, die das Programm bietet. Und stellen Sie sicher, dass Sie auch eine Reiseversicherung abschließen. Guter Punkt. Ich möchte auf jeden Fall sicherstellen, dass alle praktischen Details geklärt sind. Ich werde zum ersten Mal freiwilligen Arbeit im Ausland leisten. Also möchte ich sicherstellen, dass ich gut vorbereitet bin. Ich bin sicher, du wirst eine tolle Erfahrung haben, John. Freiwilligenarbeit im Ausland ist so lohnend. Sowohl persönlich als auch beruflich. Ich freue mich riesig darauf. Vielen Dank für all die hilfreichen Ratschläge, Anna. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Natürlich. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie während der Planung weitere Fragen haben. Ich freue mich, mehr von dem, was ich gelernt habe, mit Ihnen zu teilen. Das werde ich tun. Genieß den Rest deines Tages. Lektion 5. Erkundung der kanadischen Rocky Mounttanks Jo, Anna. Warst du schon einmal in den kanadischen Rockies? Ich denke darüber nach, diesen Sommer eine Reise dorthin zu planen. Die kanadischen Rockies? Das steht auf meiner Bucketlist. Ich habe gehört, dass die Landschaft dort absolut atemberaubend ist. Ja, ich habe ein paar Fotos gesehen und es sieht aus wie ein Paradies für Naturliebhaber. Welche Aktivitäten würden deiner Meinung nach dort Spaß machen? Oh, so viele Möglichkeiten. Das ist die Handgabe. Ich habe mir aber auch in den ganzen kürzlichen Kürzeln. Auch die Beobachtungen. Wie das Beobachten von Gritzlibeeren und Elchen. Wildbeobachtung klingt unglaublich. Ich würde gerne einige dieser majestätischen Tiere hautnah erleben. Was ist mit den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Rocky Mounttanks? Gibt es Orte, die man gesehen haben muss? Nun, mit dem Banff-Nationalpark können Sie nichts falsch machen. Die türkisfarbenen Seen und schneebedeckten Gipfel sind ikonisch. Und der Jasper-Nationalpark ist auch atemberaubend. Banff und Jasper, verstanden. Die stehen definitiv auf meiner Reiseroute. Wie wäre es mit der Logistik? Irgendwelche Tipps für die Planung der perfekten Rockies-Reise? HMM, ein paar Dinge, die man beachten sollte. Achten Sie darauf, Ihre Unterkunft rechtzeitig zu buchen, da sie im Sommer schnell ausgebucht sein kann. Und seien Sie auf unvorhersehbares Bergwetter vorbereitet. Gute Entscheidung. Flexibilität wird entscheidend sein. Und ich nehme an, ich muss auch die richtige Ausrüstung einpacken. Absolut. Warme Schichten, robuste Wanderschuhe, Regenjacken, das A und O für die Erkundung der Rocky Mountainx. Hervorragend. Ich werde dafür sorgen, dass ich das alles im Griff habe. Diese Reise klingt besser und besser. Ich kann es kaum erwarten, in die natürliche Schönheit einzutauchen. Du wirst eine tolle Zeit haben, John. Die kanadischen Rockies sind wirklich ein kleines Stück Himmel auf Erden. Ich freue mich riesig darauf. Vielen Dank für all die hilfreichen Einblicke, Anna. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie Ihr Fachwissen teilen. Lektion 6. Gemeinsam eine Reise buchen In Ordnung, Anna. Ich glaube, ich habe unsere Rockies-Reise im Griff. Bist du bereit, das Ding zu buchen? Hervorragend. Machen wir es. Was ist der Plan, Chief? Okay. Ich habe für uns eine tolle Hütte in Banff für drei Nächte gefunden. Die Summe beläuft sich auf 500 Dollar. 500 Dollar. Das klingt ziemlich vernünftig für die Rockies in der Hauptsaison. Ich bin dabei. Super. Ich werde es dann auf meine Kreditkarte schreiben. Müssen wir uns noch um etwas kümmern? HMM. Nun, wir sollten wahrscheinlich den Transport herausfinden. Hast du vor, ein Auto zu mieten? Gute Entscheidung. Ja, ich dachte, wir mieten ein Auto, damit wir die Parks wirklich in unserem eigenen Tempo erkunden können. Klingt perfekt. Wie wäre es, wenn wir das über dieselbe Reiseseite buchen? Lassen Sie uns auf jeden Fall alles zusammenhalten. Ich schätze weitere 300 Dollar für die Miete. Okay. Das sind also insgesamt 800 Dollar. Ich kann dir meine Hälfte geben, sobald alles gebucht ist. Klingt gut für mich. Ich kümmere mich darum und schicke dir die Details. Fantastisch. Das wird eine unglaubliche Reise. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Das wird episch. In Ordnung. Ich bin dran. Ich gebe dir Bescheid, sobald alles verriegelt ist. Fantastisch. Vielen Dank, John. Das wird ein unvergesslicher Sommer. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung. Machen wir das. In Ordnung, Anna. Ich wollte fragen, was ist der tollste Ort, den du je bereist hast? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich müsste Paris sagen. Die Stadt hat einfach etwas Magisches an sich. Paris. Hm? Ich sehe den Appell. Was liebst du am meisten daran? Nun, ich könnte Stunden damit verbringen, einfach durch die bezaubernden Straßen zu schlendern und die Architektur zu bewundern. Und natürlich ist der Eiffelturm einfach atemberaubend. Ich würde es gerne nachts beleuchtet sehen. Ich wette, das ist ein unglaublicher Anblick. Unbedingt. Es ist wirklich faszinierend. Warst du schon einmal in Paris? Leider nein. Es steht aber definitiv auf meiner Bucketlist. Ich würde die Kultur und Küche gerne aus erster Hand erleben. Du würdest es absolut lieben. Allein das Essen ist die Reise wert. Obwohl, ich muss sagen, das Beste für mich war, einfach die romantische Atmosphäre aufzusaugen. Ah ja, der romantische Charme von Paris. Ich kann mir vorstellen, Hand in Hand mit einer besonderen Person die seine entlang zu schlendern. Genau. Es ist die perfekte Stadt dafür. Aber ich bin mir sicher, dass du es alleine oder mit Freunden genauso genießen würdest. Nun, betrachten Sie mich als offiziell überzeugt. Paris rückt an die Spitze meiner Reiseliste. Vielleicht muss ich bald eine Reise dorthin buchen. Tun Sie es. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. In Ordnung. Du hast mich verkauft. Paris ist es. Jetzt muss ich nur noch anfangen zu sparen. Haha, ja. Je früher, desto besser. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie unterwegs Reisetipps für Paris benötigen. Werde ich machen. Danke, Anna. Das freut mich so auf mein zukünftiges Pariser Abenteuer. Lektion 8. Diskussion über bürgerschaftliches Engagement und Verantwortung. Hallo, Anna. Ich habe diesen Artikel über die Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement gelesen. Es hat mich wirklich dazu gebracht, über unsere Verantwortung als Bürger nachzudenken. Oh, das ist ein interessantes Thema. Was waren einige der wichtigsten Punkte, auf die der Artikel eingegangen ist? Nun, es wurde betont, dass wir es nicht einfach der Regierung überlassen können, all unsere gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Wir alle müssen uns engagieren und uns engagieren. Absolut. Ich stimme zu, dass wir alle verpflichtet sind, unseren Beitrag zu leisten und in unseren Gemeinden einen positiven Einfluss auszuüben. Exakt. In dem Artikel ging es darum, wie freiwilligen Arbeit, Wahlen und auch nur das Bleiben auf dem Laufenden einen echten Unterschied machen können. Das ist so wahr. Selbst die kleinen Maßnahmen, die wir ergreifen, können sich auswirken und zu bedeutsamen Veränderungen führen. Auf jeden Fall. Und ich denke, eine unserer größten Aufgaben ist es, unsere gewählten Amtsträger zur Rechenschaft zu ziehen. Auf jeden Fall. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und erwarten, dass sie das Richtige tun. Wir müssen engagiert bleiben und uns Gehör verschaffen. Absolut. Ich glaube, da versagen viele Menschen, sie sind desillusioniert und schalten ab. Ich verstehe das. Aber genau dann müssen wir uns noch mehr engagieren. Wenn gute Bürger sich zurückziehen, können die falschen Leute an die Macht kommen. Exakt. Wir müssen wachsam sein und dürfen Apathie nicht siegen lassen. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das ist unsere Welt. Und wir alle müssen dazu beitragen, sie zum Besseren zu gestalten. Gut gesagt. Ich bin wirklich froh, dass wir diese Diskussion hatten. Es hat mich inspiriert, mich mehr in meiner Community zu engagieren. Das ist großartig, John. Jede Kleinigkeit zählt. Und gemeinsam können wir einen echten Unterschied machen. Auf jeden Fall. In Ordnung. Ich mache mich auf den Weg, um mir einige Möglichkeiten für Freiwillige vor Ort anzusehen. Danke für das Gespräch, Anna. Lektion 9. Über fotografische Leidenschaften sprechen. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass du dich in letzter Zeit wirklich für Fotografie interessiert hast. Was für Motive fotografierst du gerne? Hey, John. Ja, ich habe es geliebt. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf Landschaften und Naturszenen. Es ist einfach etwas so Beruhigendes und Schönes, die Welt um uns herum einzufangen. Das ist großartig. Landschaften sind so ein großartiges Thema. Hast du irgendwelche Lieblingsorte, die du gerne fotografierst? Definitiv. Ich liebe es, in die Berge zu gehen und die malerischen Ausblicke zu fotografieren. Das Spiel von Licht und Schatten ist einfach faszinierend. Das kann ich mir vorstellen. Berge würden für einige atemberaubende Aufnahmen sorgen. Was ist mit dir? Hast du einen bestimmten fotografischen Stil oder eine bestimmte Herangehensweise? Nun, ich mag den künstlerischeren, stimmungsvolleren Stil der Fotografie wirklich. Ich liebe es, mit der schärfen Tiefe und dem Bildausschnitt zu spielen, um eine bestimmte Stimmung oder ein bestimmtes Gefühl zu erzeugen. Ah, ich verstehe. Es geht also nicht nur darum, die Szene zu dokumentieren, sondern eine Emotion oder Atmosphäre durch ihre Linse hervorzurufen. Genau. Es geht darum, das, was ich sehe und fühle, in das endgültige Bild zu übersetzen. Ich finde es wirklich erfüllend, das tun zu können. Das macht absolut Sinn. Fotografie kann eine so ausdrucksstarke Kunstform sein, wenn man sich ihr auf diese Weise nähert. Auf jeden Fall. Und das Beste daran ist, dass du als Fotograf ständig lernst und wachst. Es gibt immer mehr zu entdecken. Absolut. Es ist eines dieser Hobbys, bei denen du dich immer weiter verbessern und herausfordern kannst. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass ich nur an der Oberfläche dessen kratze, was möglich ist. Es gibt immer eine neue Technik zu beherrschen oder neue Perspektiven zu erkunden. Nun, ich würde mich freuen, irgendwann etwas von deiner Arbeit zu sehen. Ich wette, du hast ein paar wirklich atemberaubende Sachen eingefangen. Unbedingt. Ich würde mich freuen, einige meiner Lieblingsaufnahmen mit Ihnen zu teilen. Vielleicht können wir sogar irgendwann zusammen einen Fotospaziergang machen. Das klingt großartig. Es wäre toll, rauszukommen und zusammen ein paar Landschaften zu fotografieren. Lektion 10. Planung einer Potluckparty Joana, ich dachte darüber nach, dieses Wochenende eine Potluckparty zu veranstalten. Bist du dabei? Eine Potluckparty? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich bin immer bereit für gutes Essen und gute Gesellschaft. Toll! Ich freue mich riesig darauf. Ich hatte allerdings gehofft, du könntest mir bei der Planung helfen. Natürlich! Bei welchen Details benötigen Sie Hilfe? Nun, zuallererst dachte ich, wir könnten daraus ein Themenpotluck machen. Was hältst du von einem Sommer-BBQ-Thema? Oh, ein Sommer-BBQ-Potluck. Ich liebe es. Das wäre perfekt für das warme Wetter. Genau, ich dachte, es wäre eine unterhaltsame und ungezwungene Art, alle zusammenzubringen. Auf jeden Fall. Und mit einem Potluck kann jeder Sommer-BBQ-Klassiker auf seine eigene Art und Weise genießen. Genau. Ich hatte gehofft, wir könnten alle ein Gericht zum Teilen mitbringen, weißt du, es zu einem echten Gemeinschaftsereignis machen. Ich liebe diese Idee. Es wird eine großartige Möglichkeit für alle sein, einen Beitrag zu leisten und neue Dinge auszuprobieren. Vollkommen! Und ich dachte, wir könnten auch ein paar lustige Spiele im Freien haben, wie Kornhole oder Laddergolf. Oh, das wäre perfekt. Bringen Sie alle dazu, sich unter die Leute zu mischen und eine gute Zeit zu haben. Genau. Ich möchte, dass es super entspannt und entspannt ist. Einfach gutes Essen und gute Gesellschaft. Klingt absolut perfekt. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung des Menüs und der Aktivitäten zu beginnen. Toll! Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Ich bin immer noch dabei, die Logistik herauszufinden, aber ich halte sie auf dem Laufenden. Hört sich gut an. Lassen Sie mich wissen, ob ich bei etwas Bestimmtem helfen kann. Ich bringe gerne ein Gericht mit oder helfe, so gut ich kann. Werde ich machen. Danke, Anna. Das wird die beste Pottluck-Party aller Zeiten. Das spüre ich. Klingt gut. Bis bald. Ich bin bereits dabei, Rezeptideen zu finden. Fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, Sie zu hören. Wir sehen uns später. Anna. Lektion 11. Diskussion über den neuesten Film Hey, Anna. Hast du den neuen Film gesehen, über den Alle reden? Die mit dem Undercover-Spion? Ja, ich habe ihn letztes Wochenende gesehen. Er war so gut. Ich weiß, oder? Die Handlung war absolut fesselnd. Ich war von der ersten Szene an begeistert. Die Art und Weise, wie Sie all diese Wendungen gewoben haben, war absolut genial. Ich habe die Hälfte von Ihnen nicht kommen sehen. Auch hier. Es hat mich die ganze Zeit auf der Kante meines Sitzes gehalten. Und die Schauspielerei war auch erstklassig. Auf jeden Fall hat der Hauptdarsteller diese Rolle vollständig verkörpert. Ich war überwältigt von seiner Leistung. Absolut. Er hat jeden einzelnen Moment verkauft. Es gab dir das Gefühl, direkt bei ihm zu sein. Auf jeden Fall habe ich mich so sehr in seinen Charakter investiert. Er hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Sicher. Und die Nebendarsteller waren auch unglaublich. Sie haben sich alle so gut gegenseitig ausgespielt. Genau. Die Chemie zwischen dem ganzen Ensemble war einfach elektrisierend. Das Ganze hat das Ganze wirklich aufgewertet. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich verließ das Theater und fühlte mich so unterhalten und zufrieden. Auch hier ist es einer dieser Filme, die einem noch lange im Gedächtnis bleiben, nachdem man ihn gesehen hat. Definitiv. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Wahrscheinlich werde ich es am Ende wiedersehen. Oh, ich bin mir sicher, dass ich das auch tun werde. Das ist die Art von Film, den man sich immer und immer wieder ansehen kann. Insgesamt gibt es einfach so viel Tiefe und Komplexität, die es zu entpacken gilt. Das liebe ich. Absolut. Es ist die Art von Film, die dich wirklich zum Nachdenken bringt. Weißt du? Auf jeden Fall ist es die perfekte Mischung aus Unterhaltung und Substanz. Genau meine Art von Film. Meins auch. Ich bin so froh, dass es uns beiden gefallen hat. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was der Regisseur als nächstes tut. Auf jeden Fall haben sie nach diesem Spiel definitiv mein Vertrauen verdient. Das war ein Hummerun. Stimme voll und ganz zu. Es wird mit Sicherheit als einer der besten Filme des Jahres gelten. Daran besteht kein Zweifel. In Ordnung. Ich werde es mir bald noch einmal ansehen müssen. Bis später. Lektion 12. Südostasien erkunden Jo Anna, du warst in letzter Zeit in Südostasien, oder? Was waren einige der Höhepunkte? Oh Mann, wo fange ich überhaupt an? Südostasien ist eine so unglaubliche Region. Wirklich? Was waren einige der Orte, die sie unbedingt besuchen sollten? HMM, nun, ich würde sagen, du musst Bali in Indonesien besuchen. Die Strände, die Kultur, die Küche, es ist alles unglaublich. Oh Nett, ich habe gehört. Bali ist wie ein tropisches Paradies. Was ist dir noch aufgefallen? Thailand ist eine weitere Top-Wahl. Insbesondere Orte wie Chiang Mai und Phuket. Das Essen ist nicht von dieser Welt. Ah ja, thailändisches Essen ist einer meiner Favoriten. Hattest du die Gelegenheit, wirklich authentische Gerichte zu probieren? Auf jeden Fall hatte ich die unglaublichste Part-Thai- und Tomium-Suppe. Ernsthaft lebensverändernd. Verdammt, jetzt hast du Lust auf thailändisches Essen. Gibt es noch andere Orte, die du empfehlen würdest, Auszuchecken? Absolut. Vietnam ist auch unglaublich. Orte wie Hanoi und Ho Chi Minh-Stadt haben eine so lebendige Energie. Oh Nett, ich habe gehört, dass die Geschichte und Architektur in Vietnam wirklich faszinierend sind. Sicher, und das Streetfood ist einfach unwirklich. Ich könnte mich tagelang durch Vietnam fressen. Haha, ich wette, das klingt genau nach meinem Geschmack. Gibt es noch andere Ziele in der Region, die man gesehen haben muss? HMM, ich würde auch empfehlen, die Tempel in Simrib, Kambodscha, zu besuchen. Absolut atemberaubend. Oh Nett, ich habe gehört, Angkor Wat ist wie dieses unglaubliche antike Wunder. Absolut, es ist einfach beeindruckend. Du hast das Gefühl, in der Zeit zurückzugehen. Verdammt, jetzt werde ich ernsthaft FOMO. Klingt so, als müsste ich so schnell wie möglich eine große Südostasienreise planen. Haha ja, mach es auf jeden Fall. In diesem Teil der Welt gibt es einfach so viel zu entdecken und zu erleben. Super, vielen Dank für die tollen Empfehlungen. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Natürlich freue ich mich, es zu teilen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps benötigen, wenn Sie mit der Planung Ihrer Reise beginnen. Werde ich machen. Danke nochmal. Wir sehen uns später. Lektion 13. Das Sonnensystem erkunden Guten Morgen, Anna. Neulich habe ich über das Sonnensystem gelesen und war total fasziniert. Wussten Sie, dass wir tatsächlich mit über 67.000 Meilen pro Stunde um die Sonne reisen? Wo, wirklich? Das ist absolut umwerfend. Ich hatte keine Ahnung, dass wir uns so schnell bewegen, während wir die Sonne umkreisen. Ich weiß, oder? Es ist verrückt, darüber nachzudenken. Und sieh dir das an. Das gesamte Sonnensystem rast tatsächlich noch schneller durch den Weltraum. Auf keinen Fall. Das ist wild. Also, wo genau bewegt sich unser Sonnensystem hin? Nun, die besten Schätzungen besagen, dass wir uns mit etwa 490.000 Meilen pro Stunde relativ zum Zentrum unserer Milchstraße bewegen. Woa, das ist verrückt. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, mit solchen Geschwindigkeiten zu reisen. Es muss eine ziemliche Fahrt sein. Haha, ja. Es ist ziemlich überwältigend, wenn du darüber nachdenkst. Und versteh das. Die Sonne ist eigentlich nur ein winziger Fleck im Vergleich zu einigen anderen Sternen da draußen. Ernsthaft? Ich dachte immer, die Sonne sei massiv. Aber ich glaube, es gibt eine noch größere Skala im Universum. Insgesamt gilt die Sonne als ein relativ kleiner Stern von durchschnittlicher Größe. Einige der roten Riesen und Überriesen da draußen lassen unsere Sonne wie eine kleine Glut aussehen. Wow, das ist verrückt, darüber nachzudenken. Es relativiert wirklich die Größe des Universums, nicht wahr? Absolut. Und weißt du, das Verrückte daran ist, dass trotz all der unglaublichen Körper in unserem Sonnensystem es nur ein winziger Bruchteil dessen ist, was da draußen im Kosmos ist. Ja, es ist fast unverständlich, wie riesig und komplex das Universum ist. Es gibt noch so viel, was wir noch entdecken müssen. Echt? Ich meine, wir haben nur einen winzigen Teil unseres eigenen Sonnensystems erforscht, geschweige denn den Rest der Galaxie und darüber hinaus. Auf jeden Fall. Da fragt man sich, welche anderen umwerfenden Geheimnisse das Universum verbergen könnte. Ziemlich demütigend, wirklich. Vollkommen. Tja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses ganze kosmische Gerede macht mich hungrig. Willst du etwas zu Mittagessen und diese faszinierende Diskussion fortsetzen? Lektion 14. Ein Treffen am Morgen Hey Anna, ich habe mich gefragt, ob du morgen früh zu einem Treffen bereit bist. Ach, was hattest du im Sinn, John? Nun, ich dachte, wir könnten uns gegen 8.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Nähe Ihres Hauses treffen und zusammen in den Park gehen. Es sollte ein wunderschöner Tag werden. Wunderbar. Ich freue mich sehr darauf. Wir können die frische Morgenluft genießen und vielleicht unterwegs einen Kaffee trinken. Klingt nach einem Plan. Das wird eine nette Abwechslung zu unserer gewohnten Routine sein. Auf jeden Fall. Manchmal ist es gut, Dinge durcheinander zu bringen und etwas Neues auszuprobieren, findest du nicht? Stimme voll und ganz zu. Dies wird eine großartige Möglichkeit sein, den Tag richtig zu beginnen. Absolut. Ich stelle sicher, dass ich meinen Wecker früh stelle, damit ich nicht versehentlich ausschlafe. Haha, gute Entscheidung. Ich mache das Gleiche. Ich kann nicht zulassen, dass wir beide zu spät zu unserem Treffen kommen. Genau. Nun, ich freue mich auf unser kleines Abenteuer morgen früh. Das wird lustig werden. Ich auch. Ich sehe dich in aller Frühe an der Bushaltestelle. Es ist ein Deht. Klingt perfekt. Ich komme mit angehängten Glocken. Wir sehen uns dann, Anna. Lektion 15 Unsere täglichen Agenden teilen Guten Morgen, Anna. Ich habe mich gefragt, was heute auf Ihrer Agenda steht. Guten Morgen, John. Gut. Ich habe ein paar Besorgungen zu erledigen und dann etwas Arbeit nachzuholen. Besorgungen und Arbeit. Hm? Klingt nach einem anstrengenden Tag. Was für Besorgungen musst du erledigen? Oh, weißt du, das übliche Lebensmittel einkaufen, ein Paket bei der Post abgeben, so etwas in der Artikel. Ah, die klassische To-Do-Liste. Und was ist mit dem Arbeitsteil Ihres Tages? Ich habe einen Bericht, den ich fertigstellen muss, und einige E-Mails, auf die ich antworten muss. Nichts allzu Aufregendes, aber es muss erledigt werden. Das höre ich. Mein Tag entwickelt sich ziemlich ähnlich, um ehrlich zu sein. Wirklich. Was steht auf deinem Terminplan? Nun, ich muss zur Bank gehen, ein paar Dinge vom Baumarkt abholen, und dann habe ich heute Nachmittag ein Meeting. Klingt, als hätten wir beide einen produktiven Tag vor uns. Ich freue mich, dass wir das zusammen machen. Unbedingt. Zumindest können wir uns über unsere gemeinsamen Besorgungen und Termine bedauern, oder? Haha, ja. Es ist immer schön zu wissen, dass du nicht der Einzige bist, der einen vollen Terminkalender unter einen Hut bringt. Ganz gewiss. Vielleicht können wir planen, schnell zusammen zu Mittag zu essen, wenn unsere Zeitpläne übereinstimmen. Das wäre wunderbar. Ich würde gerne die Gelegenheit haben, eine Pause einzulegen und mich zu informieren. Hervorragend. Ich behalte die Uhr im Auge und sehe, ob ich mich ein bisschen davonschleichen kann. Hört sich gut an. Ich mache das Gleiche. Dann ist es ein Deet. Es ist ein Deet. Ich melde mich bezüglich der Einzelheiten bei Ihnen. Bis bald, Anna. Hallo, Anna. Ich dachte, könntest du heute gegen 12.30 Uhr zum Mittag essen? Hallo, John. Das klingt perfekt. Wo wolltest du dich treffen? Wie wäre es mit dem kleinen Kaffee die Straße runter vom Büro? Ich finde Ihre Sandwiches sehr lecker. Eine hervorragende Wahl. Dann planen wir, uns dort um 9 Uhr zu treffen. Klingt gut für mich. Ich stelle sicher, dass ich es in meinem Kalender vermerke. Toll. Ich mache das Gleiche. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam eine entspannte Mittagspause zu genießen. Ich auch nicht. Es wird eine nette Gelegenheit sein, für eine Weile von unseren Schreibtischen wegzugehen. Absolut. Eine kleine Mittagspause ist genau das, was wir beide brauchen. Auf jeden Fall. Wir sehen uns dann, Anna. Das wird eine schöne Pause am Tag. Ich stimme zu, John. Es ist ein Deet. Ich werde da sein, bereit, mich mit leckerem Essen zu verwöhnen. Perfekt. Darauf werde ich mich freuen. Bis bald, Anna. Wow. Dieses Kaffee ist so gemütlich und komfortabel. Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen. Ich weiß. Ist es nicht toll? Die weichen Stühle und die warme Beleuchtung schaffen wirklich eine so entspannte Atmosphäre. Absolut. Der Kaffee ist auch köstlich. Ich genieße diese kleine Pause vom Trubel sehr. Ich auch. Manchmal ist es so wichtig, sich einfach etwas Zeit für sich selbst zu nehmen. Weißt du? Entspannen Sie sich und tanken Sie Energie. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass ich immer herumeile und versuche, eine Million Dinge zu erledigen. Es ist schön, einmal langsamer zu werden. Exakt. Und dieser Ort ist perfekt dafür. Die beruhigende Musik, die bequemen Sitzgelegenheiten, das alles beruhigt einen einfach. Es ist fast meditativ. Ich spüre, wie mein Stress und meine Anspannung einfach dahinschmelzen. Das Gleiche hier. Es ist das perfekte Gegenmittel gegen einen hektischen Arbeitstag. Ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, hierher zu kommen. Ich auch. Das war so eine tolle Idee. Manchmal muss man sich einfach eine kleine Oase der Ruhe gönnen. Absolut. Es ist wichtig, sich Zeit für Selbstpflege und Entspannung zu nehmen, auch wenn es nur ein oder zwei Stunden sind. Das ist wunderbar zu hören. Wir sollten das auf jeden Fall zu einer regelmäßigen Sache machen, ein kleiner Rückzugsort vom Wahnsinn des Alltags. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich schon auf unsere nächste Café-Session. Lektion 18. Umzugshilfe Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass du kürzlich in eine neue Wohnung gezogen bist. Wie ist das gelaufen? Guten Morgen, John. Der Umzug verlief eigentlich gut. Ich habe keine Umzugsfirmen eingestellt. Meine Freunde haben mir geholfen. Das ist großartig. Ein paar zusätzliche Hände zu haben macht den Unterschied, nicht wahr? Absolut. Es war so nett von Ihnen, unter die Arme zu greifen. Ohne Ihre Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ich wette. Ein Umzug kann so mühsam sein, aber mit guten Freunden wird es viel einfacher. Ich stimme zu. Und es war auch ein großartiges Bindungserlebnis. Wir müssen aufholen, während wir die Arbeit erledigen. Das ist wunderbar. Nun, ich freue mich zu hören, dass der Umzug ein Erfolg war. Es ist immer schön, wenn alles glatt läuft. Ja, ich bin sehr zufrieden damit, wie sich das alles entwickelt hat. Es ist eine große Erleichterung, sich jetzt eingelebt zu haben. Das kann ich mir vorstellen. Also, was steht als nächstes für Sie auf der Tagesordnung? Auspacken und dekorieren, nehme ich an? Exakt. Ich freue mich darauf, dass sich der Ort wie zu Hause anfühlt. Viel organisieren und arrangieren im Wohaus. Klingt nach einem lustigen Projekt. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie dabei Hilfe benötigen. Ich helfe Ihnen gerne mit. Ich weiß das Angebot zu schätzen, John. Ich nehme das vielleicht einfach auf, wenn mich das alles überfordert. Hört sich gut an. Sag einfach das Wort und ich werde da sein, um zu helfen, so gut ich kann. Das werde ich tun. Danke, John. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit hatten, uns über den Umzug zu informieren. Natürlich. Es ist immer gut, sich bei großen Veränderungen im Leben mit Freunden zu treffen. Ich freue mich für dich. Hey, Anna. Ich habe gehört. Du hast eine ziemlich gute Singstimme. Stimmt das? Hallo, John. Ja, ich singe gerne und mir wurde gesagt, dass ich eine gute Stimme habe. Das ist beeindruckend. Singst du professionell oder nur zum Spaß? Es ist hauptsächlich ein Hobby für mich. Ich singe in einem örtlichen Chor, trete aber nicht professionell auf. Interessant. Ich finde es immer schade, wenn Leute mit großartigen Stimmen das nicht ernster verfolgen. Ich weiß, was du meinst. Aber die Wahrheit ist, dass eine gute Stimme nicht immer mit einem attraktiven Auftritt oder einer Bühnenpräsenz einhergeht. Ah, das ist ein gutes Argument. Ich schätze, Gesangstalent und Aussehen sind zwei verschiedene Dinge. Exakt. Manchmal sind die besten Sänger nicht die, von denen man erwarten würde, dass sie die Stars sind. Das ist wahr. Ich denke, es kommt wirklich auf die Qualität der Stimme und die Leidenschaft dahinter an. Absolut. Und ich singe viel lieber aus purer Freude daran, als mir Sorgen um den Schein zu machen. Das kann ich respektieren. Es ist bewundernswert, sich eher auf die Kunst als auf das Bild zu konzentrieren. Auf jeden Fall. Allerdings beneide ich diejenigen, die wie Nachtigallen singen und das Publikum auch mit ihrem Aussehen in ihren Bann ziehen können. Haha, ja, das Komplettpaket wäre der Traum. Aber du solltest trotzdem stolz auf deine Gesangstalente sein. Danke, John. Danke für die Ermutigung. Vielleicht überrasche ich eines Tages alle und werde Profi. Ich habe keinen Zweifel, dass du das könntest, wenn du wolltest. Aber jetzt genießen sie es einfach weiter für sich selbst. Das werde ich. Und ich leihe dem Chor gerne meine Stimme. Kein Scheinwerferlicht erforderlich. Das ist eine großartige Einstellung. Die Musik ist am Ende das Wichtigste. Lektion 20. Kultureller Austausch Guten Morgen, Anna. Ich hatte gehofft, wir könnten uns über unsere unterschiedlichen kulturellen Hintergründe unterhalten. Absolut. John, ich denke, wir können so viel von den Kulturen des Anderen lernen. Genau das habe ich mir auch gedacht. Auf welchen Aspekt ihrer Kultur sind sie besonders stolz? HMM, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, die reichen künstlerischen Traditionen in meiner Kultur sind etwas, das ich wirklich bewundere. Interessant. Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Welche Kunstformen sind vorherrschend? Nun, wir haben eine lange Geschichte von komplizierten Textilien, Keramiken und sogar kunstvollen Holzschnitzereien. Die Liebe zum Detail ist wirklich bemerkenswert. Wow, das klingt wunderschön. Ich würde gerne irgendwann ein paar Beispiele sehen, wenn es dir nichts ausmacht, sie zu teilen. Unbedingt. Ich habe ein paar Fotos auf meinem Handy, die ich dir zeigen kann. Die Handwerkskunst ist wirklich beeindruckend. Das kann ich mir vorstellen. Und was ist mit deinen kulinarischen Traditionen? Ich wette, die Aromen sind unglaublich. Oh, das Essen ist definitiv ein Punkt, auf den man stolz sein kann. Wir haben eine so vielfältige Auswahl an Gerichten, jedes mit seinen eigenen Gewürzen und Zubereitungsmethoden. Ich wäre wirklich daran interessiert, mehr zu erfahren. Vielleicht könnten wir irgendwann zusammen ein traditionelles Essen kochen? Das fände ich toll. Das Teilen unserer kulturellen Lebensmittel wäre eine wunderbare Möglichkeit, unsere Unterschiede zu verbinden und zu schätzen. Einverstanden. Das war schon ein faszinierendes Gespräch. Ich bin dankbar, dass wir voneinander lernen können. Ebenso. John. Die Hintergründe des jeweils anderen zu erkunden, ist eine so bereichernde Erfahrung. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich habe das Gefühl, dass ich ihre Kultur bereits besser verstehe. Und ich deins. Und das ist erst der Anfang von vielen spannenden Diskussionen. Da bin ich mir sicher. Darauf freue ich mich. Sollen wir den Kochtermin bald planen? Lektion 21. Literarische Bestrebungen Weißt du, ich habe mich in letzter Zeit sehr für historische Romane interessiert. Bist du auf besonders gute gestoßen? Tatsächlich habe ich gerade einen Roman beendet, den ich für wirklich gut geschrieben hielt. Es heißt The Antique High Ban. Oh, das klingt faszinierend. Worum geht es? Es ist die Geschichte eines erfolglosen Schriftstellers, der eine alte Heuscheune mit antiken Möbeln erbt. Interessant. Was passiert dann? Findet der Autor Inspiration in der Scheune? Genau. Zuerst ist er sich nicht sicher, was er mit der Scheune anfangen soll. Aber langsam beginnt er, die Geschichte hinter den Antiquitäten aufzudecken. Und ich schätze, das hilft ihm bei seinem eigenen Schreiben? Bingo! Als er mehr über die früheren Besitzer der Scheune erfährt, beginnt er, einen Roman zu verfassen, der auf ihrem Leben basiert. Das ist eine wirklich kreative Prämisse. Wird der Autor am Ende ein erfolgreicher Romanautor? Du musst es lesen, um es herauszufinden. Aber ich muss sagen, es ist eine sehr befriedigende und aufmunternde Geschichte. Ich bin begeistert. Ich muss ein Exemplar abholen. Danke für die Empfehlung, John. Es war mir eine Freude. Lassen Sie mich wissen, was Sie davon halten, sobald Sie die Gelegenheit hatten, es zu lesen. Absolut. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Lieblingsautoren. Das Gleiche hier. Es gibt nichts Schöneres, als sich in einem wirklich gut geschriebenen Roman zu verlieren. Abonnieren sind mit Erkrankungen. 3.000-2500-2500-2500. 1.000-3500. 2.000-2500. 2.000-2500. 3.000-2500. 4.000-2500. 4.000-2500. 5.000-2500. 6.000-2500.